ARD Text im Auftrag von Funk 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 Du bist offen. Ja? Ja. Oh Gott, ich sterbe! Oh Gott! Weiß ich nicht. Du liebst du online, wenn du mit mir redest. Ich mach einfach mein Leben an. Aber ich dachte, du musst fast bleiben. Nee. Also ich bin froh, dass es nicht gewonnen wird. Du, ich auch. Ich hab dich schon für meine Farmskills entschuldigt, weil ich Meiser jetzt nicht so oft spielen. Meiser ist echt ein Champion. Du kannst ab Level 11 oder ab Level 8 oder so kannst du doch richtig geil. Wenn du eine DE auf so Level 4 hast, da ist richtig geil. Aber wenn eine DE auf Level 1 ist, du kannst halt... Ich kann halt das machen. Okay gut, das wollte ich nicht machen. Ich kann halt noch... Also ich kann den bringen. So, dann geht das aber. Das farmen sich nicht richtig ab. Und dann stört das mit dem Tower und das ist ein bisschen blöd. Und dann werden gleich nochmal ein komischer Glen. Ich nenn ihn immer Glen. So ist geil. So, so kann ich Last Hits machen. Aber wenn dann irgendwie dann nochmal eine Passive kommt und die Minions... Das ist irgendwie immer alles so ein bisschen ungenau. Und wenn du dann langsam Items hast und... Na. Halt schon ein bisschen Schaden mit deiner E-Motion, dann lässt sich das viel leichter Last Hitten. Und es ist viel besser, wenn du das dann nachher zweimal sogar machen kannst. Das ist viel cooler. Und jetzt kassiert sie halt richtig... Oha, sie ist gleich tot. Sie ist tot. What the fuck? Sie ist da splittert. Was ist passiert? Was? Ja, Jungs. Übrigens... Mädels... Ich vergesse irgendwie... Was? Irgendwie... Denk ich... Also ich... Also jetzt mal so generell... Also ich den... So... Es soll ja... In dem Split... Ähm... Nächstes Split soll ja... Eine Frau... In dem E-Sports Team mit sein. Aber ich weiß nicht in welches. Ich weiß nicht in welches. Ich glaube... Wahrscheinlich KP einfach. Neee... KP hat... KP hat so die Platin-Skills. Fuck! Ich hätte zurückgehen müssen. Sorry für die Gladiation. Ja, das war... Was? Oder wirklich Panikattacke des Todes, Alter! Ach so, übrigens habe ich zu mir gesagt, du sollst einen Schnell-Skin spielen. Ja! Ich spiele einfach Noxus-Poppy. Alter... Ich wollte halt einfach mal so ein bisschen Weihnachtsschirmen bringen. Übrigens wollte ich für den 4. Advent, weil ich... Also... Ich arbeite gerade an einem... Es ist Moment 09, das ist aber... Mein... Schöne Schnitt-Programm... Ähm... Hatte sich so gedacht, dass... Ähm... Sich der Fortschritt, was ich schon mal gemacht habe beim Schneiden, sich resetet. Und somit... Ähm... Sich... Ähm... Auf der Spur... Also auf dieser Schnitt-Spur halt Dateien verschoben. Und das muss ja alles nochmal ein bisschen richtig machen. Und dann... Ähm... Muss ich das nochmal ein bisschen neu schneiden. Deswegen kam das jetzt noch nicht gleich. Also was heißt gleich? Ich wollte es ja eigentlich bringen, weil es... Erst... Schon wieder zwei Monate her... Als ob der nicht... Nein, 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 nein... Nö... Nö... Das ist... Verpiss dich... Das ist nicht cool... Sorry... Das ist nicht cool, Darius... Ich sterb jetzt auch nicht... Kann man mich lieben... Kann man mich lieben... Ja, ich weiß nicht warum... Du ja... Poppy... Er hat zu mir gesagt... Also ich freue mich vor auf die neue Poppy... Spiel das aber halt... Ja... Das ist nicht die neue Poppy... Die skaliert mir zu viel auf AP... Ich habe volle AD rum... Und ich werde dir die E hochst gehen... Ja, aber... Und meine E skaliert halt einfach komplett auf AP... Ja, okay... Meine Maus ist... Gott... Heißt ja... Und ich habe gerade... Mit 36 Leben bin ich von hier... Nach hier vorne im Darius weggerannt... Boah, Alter... Sie stressen leicht mit ihrem... Ja, giftigen Art... Komm runter... Chill... Na? Ich muss natürlich noch mal angucken... Wo Bro Fesker das einfach so cosplayt... Das war richtig geil... Alter... Da ist die Weihnachtsstimmung bei mir angekommen... Yo, sie hat ihre Ulti einfach gewasted... Sie hat einfach ihre Ulti gerade gewasted... Das hat überhaupt gar nichts gebracht... What the boy... Was ist hier los mit ihr... Also wie gesagt... Sorry mit den Last Hits... Das ist echt ein bisschen traurig... Ich glaube selbst Poppy hat mehr... Ne Poppy hat sie... Oh... Julia... Das ist aber richtig... Ich darf dabei... Die kann man immer sieben lassen... Ja... Ja und Zuschauer bitte nicht erschrecken... Wegen meinem Bild... Ich ähm... Komm einfach nicht an Geld... Und das ist eine Mietung... Warte... Ich hab gerade... Oh... Okay... Oha... Ich hab's drauf... Oh Gott... Poppy und Die Escape sind... Ah... Fuck... Oh nein... Oh er kriegt den... Oh fuck... Morgana... Nee... Alter... L5... Die kann mich nur... Okay... Sie hat einen Minion... Alle failen mich... Sie hat gerade einen Minion gestanden... Alter... Loil... Der Regler hat gerade den Fokus auf mich gewechselt... Dadurch hat der Kindred nicht angegriffen... Er ist aus dem Busch gesprungen... Ich hab gleichzeitig meine Ehe gemacht... Und wir sind einfach aneinander vorbei... Und keiner von uns beiden hat Schaden bekommen... Die Leute... Ich hoffe... Mein Mikro ist gerade nicht übersteuert... Ich muss es... Weil... Mein Headset ist kaputt... Ich... Also... Ich höre quasi mit... So einem Headset... So einem Handy Headset... Wie soll ich das beschreiben... Einfach so... Halt mit... Also kein... Kein Headset in dem Sinne... Sondern einfach nur so ein... Kleines Headset halt... Kopfhörer... Genau... Naja... Und dieser stirbst ja halt... Kopfhörer mit Mikro... Nein... Die... Also... Mein Headset ist ja neuerer Lautsprecher wieder kaputt... Das muss ich wieder zurückgeben... Okay... Und... Ähm... Ich benutze aber das Mikro noch von meinem Headset... Und... Höre quasi... Mit meinen... Analyse... Es ist ein bisschen kompliziert... Aber... Es geht... Und... So ist es auf jeden Fall erstmal ein bisschen besser... Kendrid... Jungle... Ist irgendwie... Kendrid ist... Irgendwie so der neue Champ... Halt vor... Ich bleue... Glaube ich... Und... Und... Ne... Der ist irgendwie komplett weg... Ist halt einfach abgehauen... Auch wenn ich... Wenn ich mit meiner Ehe... Den Typen mal an die Wand haue... Weil ich gehöre meine Ehe hoch... Ich weiß auch nicht warum... Mir war da noch... Und... Tut das weh... No... Ich töte ihn... Wieso töte ich ihn? Ich hab ihn getötet... Alles klar... Ich hab ihn zweimal in die Wand gehauen... Ich hab ihn einfach gegen die Wand gehauen... Zweimal hintereinander... Und zwei Autorids gemacht... Nein... Sie hat mich jetzt... Das war einfach... Das war einfach die Ulti von Dings... Das war einfach die Ulti von Ranga... Ja... Egal... Ähm... Ich werd auf jeden Fall Meiser wieder Main... Und ich will's aufnehmen... Und... Ich hab ge-insankt... Ja... Er hat hier hin teleportet... Und ich hab ihn halt einfach... Das ist dein Moment... Das ist dein Moment... Ja... Warte... Wieso ist meine Tür nicht rausgegangen? Schneiden wir raus! Das schneiden wir raus! Mir ist grad aufgefallen, dass ich kein... Okay... Also ich will das bitte nochmal in der Wiederholung... Rangesoomt haben... Ist mir egal, was du da nicht machen möchtest... Achtet bitte auf meinen Mana! Ich dachte nicht auf Mana! Ich verzweife mir die ganze Zeit an meinen W-Knopf! Es ist mir egal, ob ich jetzt hier Scheiße spiele... Ich will einfach wieder Gameplay hochladen... Jungs ist es auch mitten in der Nacht... Also wir haben... Ja gut... Was heißt mitten in der Nacht? Er hat Ausrede... Wir sagen jetzt einfach mal... Es ist mitten in der Nacht... Ist okay... Es ist mitten in der Nacht... Haben wir eben schon gesagt vorher... Ja... Ich will kurz nochmal... Okay... Tränen wir doch mit Dings voll Wolf... Oh leih... Der Blubuff bekommt... Katerpie hat trotzdem keinen Kill bekommen... Das ist gut... Das ist gut... Oh Alter... Ich mag Meiser den Champion einfach so der... Aber ich muss hier einfach mal mehr spielen... Also... Ehrlich gesagt... Habe ich letzte Zeit... Fast gar nicht auf meinen Hauptaccount gespielt... Entweder habe ich auf meinem Smurf gespielt... Oder ich... Ähm... Habe mit Paul Sendercon gespielt... Weil ich den ein bisschen hoch ranken soll... Ich muss zugeben... Ich mag Poppy und Alistar... Von den Champions-Händen... Nur wegen... Äh... Alistars W... Und Poppys E... Und dieses liebe Leute weg zu hauen... Im Geilsten ist es wenn man da noch so reinjumpt... Weil es dann einfach so richtig... Nice aussieht... Was ist das? Ja... Der rollt jetzt aber bitte nicht zum Herold... Und wohl wäre das Rammuz-Virus... Einfach noch witziger geworden aber... Boah Alter... Ich habe gerade gedacht ich nehme dich auf... Nein... Das ist ja richtig belastend gewesen... Außer der Heiges Bluboff... Außer der Heiges Bluboff... Ich hoffe ich habe schon von diesem Typen wegflashen musste... Ich hoffe ich habe schon von diesem Typen wegflashen musste... Oh Jo... Oh Jo... So wieder mal ein Prämium... Und der Ranga hat die E gerade abbekommen... Haha jetzt kriegt es erst mal nochmal doppelt... Der Ranga denkt sich so... Nö... Nö... Spiel mal weiter gegen ihn... Okay... Alles klar... Was bringt meine Holti nochmal? Ähm... Du machst es... Ich glaube ich... Sechs Sekunden lang gegen jeden Schaden und alle Fähigkeiten... Sechs Sekunden lang... Das Poppys gegen jeden Schaden und alle Fähigkeiten immun... Die von anderen Gegnern... Außer den gewählten Gegnerischen Champion... Ausgehen... Ey das ist voll gut... Ich hatte jetzt ihren Bluboff... Moment mal... Also... Ich bin nicht immun gegen den Schaden von dem Typen... Na klar... Den du ultest... Ne... Nur von dem Schaden... Ähm... Moment mal... Nein... Ich bin nur von dem Schaden von den anderen Immun... Also... Nur von dem... Typen den ich ulte... Bekomme ich Schaden... Und ich hab grad Darius vor seiner Holti gehört... Hä das macht doch gar keinen Sinn... Das steht hier so... Ich kann dir gleich ein Foto schicken... Du... Ich spiel kein Foto... Ich spiel keinen Foto... Boah alter... Die nervt leicht gerade... Alter... Alter... Gleich ist sie tot... Gleich Flasher... Du kommst aufs Mittelfeld... Wie kann sie ulten wenn ich sie geultet hab? Mhm... Ah sie ist noch tot... Aber wie kann sie ul... Hä? Sie ist doch gesilenced dann... Sie kann da gar nix machen... Wenn du in einer Miser Ulti bist... Kannst du da gar nix wasten... Haha... Aber guck mal... Ich hab da Ulti auch... Ich hab sie doch geultet... Auf einmal ulti sie so... Und dann so... Ne 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 ne... Du ulti sie jetzt nicht... Weil ihre Ulti verspätet rauskommt... Denn wenn sie sie vorher aktiviert... Ach... Das nimmt sie halt... Ne 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 ne... So war das... Haha... Ja klär mal den Pinkguard da... Oh... So... Wird das Real Pink... Oder Lila... Wenn du das... Ja... Bist du fresh... Ich werde immer... Mein Hammer wird einfach immer pinker... Und mein Schild immer grüner... Bist du jetzt nur richtig... Richtig hart... Der Skin ist einfach so schwarz... Also... So schwarz... Und dann... Oder Emo-Skin eigentlich... Nein... Ich meine... So voll die... So... Wunden Attribute... Ja... Wirklich so... Hm... Lol... Er macht ja gerade... Äh... Drake... Oh... Meine Lane ist... Nicht mehr da... Ah... Die Kasse Per steht 1-4... Also das dürfte jetzt wahrscheinlich nicht so das Problem haben... Hoffe ich doch mal... Sie kann in Late Game immer noch fett werden... Ja... Die Kasse ist beim Late Game sowieso stark... Weil sie... Allein stackt wenn sie dich vergiftet... Sie muss dich nicht mal töten... Sie muss dich einfach nur vergiften... Das reicht... Das ist so wie ihn da... Deswegen gehst du bitte da Andreas... Boah... Alter... Da unten ist Feig geschehen... Boah... Ich weiß nicht ob... Boah... Als ob die Morgana das gerade gemisst hat... Wie schlecht ist sie... Okay... Hast du TP... Nee... 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 Alles klar... Nein... Ich seh... Nein... Hä... Ich hab die falsche gehuildet... Oh Gott... Nein... Oh nee... Alter... Ich hasse seine Ulti... Das schneide ich raus... Bin doch in Best Moments... Nee... Nee... Du kannst auf keinen Fall in Best Moments werden... Weil es einfach keine Best Moments gibt... Nee... Also... Eigentlich wollte ich in dem Video nochmal so darüber reden... Wegen unserem Kanal... Weil es ein bisschen Inaktivitäten gab... Inaktivitäten... Lachen... Wie ehrlich... Junge... Ja... Ich hab den Bits nicht verstanden... Deshalb... Ich hab den Bits nicht verstanden... Ich hab den Bits nicht verstanden... So... Okay... Okay... Ich hab den Bits nicht verstanden... 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 Ja... ... oder der fällt irgendwie ein bisschen leichter... Das sah richtig behindert aus eigentlich. Okay, gut, ich schneide da vielleicht ein bisschen lustiger Musik rein. Ach man, das ist doch echt behindert. Das sind halt die Meiser... Wenn da noch Plays dran hängen, dann klicken ich nicht. Ja, Leute, wie gesagt... Nein, sorry für die Bad Plays hier. Für die richtigen Bad Plays fallen die Ulti. Die war ja mal richtig frech. Noch mal schön auf die Dings. War sehr sehr bronzed, sorry. Wird... Also ich werde mich hoffentlich ein bisschen mit Meiser wieder verbessern. So wie ich damals war. So wie ich damals war, war richtig gut. Also... Die E hat jeden gekillt. Also das war richtig krass im Game. Da sind... Da sind manche... Wieso stirbst du? Da sind manche noch geflasht. Also trotzdem gestorben. Mach Schaden! Warte, warte! Neh mich, neh mich. Kleiner. Darius. Warte. Habe ich. Ich faszinierd. Ja. Ich faszinierde. Ich faszinierde. Kunnig! Ich faszinierde! Es leucht einfach Lila. Wollt ihr das Team bist du blau oder rot, lila. Nein. Nachher von... Ah! Ui... Für Mana das alles kostet... Ah! Äh, okay. Äh, okay. Äh, okay. Macht er noch mehr Flächen dann? Jo. Es müsste da noch so Six und Korki sein. Ja, Renga, du darfst gehen. Das ist doch, ich meinte, die ich Dings holte. Okay. Okay. Vielleicht eh machen. Warte, wenn jemand aneinander noch mal okay beruhigt ist. Rundt euch doch alle! Sagt ihr sollt euch beruhigen! Leute, du lebst noch. Ist tot! Boah, die... Da steht'n David. Nein! Das ist vom Weg weg. Ich dachte, sie bekommt sie nicht mehr. Wirklich kein Ulti. Alter, Renga, bleib genau so! Bleib genau... Er springt doch noch rein! Ich hab da meine Ehe drauf gemacht! Ich krieg kein Assist! Ich krieg noch nicht mal einen Assist! All right, ich hab das also Video! Ach... Nervito, please! Ach ja... Die Bad Plays! Aber ist mir egal, ich lad das trotzdem hoch. Denn ich möchte mal einen Gameplay auch haben. Was wollen die jetzt... Das gefällt mir jetzt nicht persönlich überhaupt. Nehm ich meinen Farben-Clown, das ist nicht cool. Ich hab schon so wenig. Und Jan hat noch nicht mal 50. Du hast noch nicht mal 50. Du hast noch nicht mal 50. Du hast noch nicht mal 50. Ja... Ja... Kannst du das jetzt sagen? Ich geh jetzt nicht genau ran. Alles klar. What the fuck? Da war gerade einmal so ein... Nein, das ist ja wirklich nicht was denn. So, wir haben TP. Das bedeutet, wir sehen jetzt hier erstmal Blue. Oh Gott. So, kurz... Oh, Black Shield! Alter! Ah! Ah! Gut, okay. Ah Gott! Das ist schon wieder so dumm hier! Das ist schon wieder so bad, Mann! Lol, der Flash! Aber einfach gar nichts, Mann! Ich kann mich eigentlich nur für dieses Gameplay entschuldigen. Wirklich so, Alter. Ich schreibe... Videobeschreibung, Entschuldigung. Die nächsten Gameplays, Leute, die werden besser. Die werden einfach noch besser, ja. Also, wir steigern uns, ja? Von Gameplay zu Gameplay. Irgendwann sagen wir mal... Oh, Alter, wirst du noch Gameplay? Mit Miser, das war ja mal richtig schlecht. Wirst du noch, Alter? Das sagen wir so ab der Windows-Folge. Boah, Alter, ich möchte wieder zu dem Skill, wo ich mit Miser gespielt habe. Oh Gott, Alter. Noch schlechter als jetzt sehen wir aus wie Tim. Spaß! Heavy Tim. Na, ich baue ja nicht Tank. Ich muss jetzt mal... Okay, du... Ich muss jetzt mal richtig stumpf Hydra bauen, weil... Zaubervampir und Hydra... Äh, Zaubervampir sag ich schon. Wutfinger und Hydra... Das müssen die alle sich komplizierten Namen haben, Alter. Ja! Sieht gut aus! Wer ist jetzt so weg? Dam, 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 dam... Oh, ha! Oh, ha, hola, ich pushe jetzt die Tower... Ich først nur... Jetzt wird noch einmal tot gemacht. Okay! Ja. Ja, dass wir einen... Ja, jetzt hast du so ein Riesen-Minion, das gefällt mir. Ich denke, er flasht jetzt den vor mir weg. Also, auf jeden Fall... Oh, leu. So abgehoben muss man erst mal sehen, dass man denkt, dass man heiser am Mono... Alter, nein! Fuck. Eigentlich dürfte ich nicht mehr geseeceed werden. Was war das mal, Poppy? Ja, na klar, was du geseed. Also, ne, eine Zeit lang konnte Poppy das, oder? Also, hab ich was verpasst? Okay, weil... Nein, du bist grad... Du bist grad zurecht gestorben. Okay, weil die Poppy, gegen die ich immer spiele, die sind ähm... Unzerstörbar. Seh ich leider nichts von. Ja, genau. Aber, okay, sei mal so rein. Hast du das Star Wars Battlefront-Video von Hand of Blood geguckt? Ja, Junge! Wo hab ich Luke Skywalker gesagt... His name is John Cena! Das fand ich immer so richtig geil. Alter. 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 Ein richtig nices Video. Link ist in der Beschreibung. Wir machen jetzt schon der Lok für John Cena. Nein. Ich weiß nicht, wer John Cena ist. Ganz ab! Ja, das ist echt... Oh, richtig, ich weiß. War der irgendein Wrestler, oder? Ja. Ich konnte nicht mehr denken, aber ich wusste es nicht. Woah! Woah! Als ob Jinx gleich Ulti hat. Oh! Als ob Jinx gleich Ulti hat! Als ob Ranga dadurch gesichtet wurde! Als ob sie dadurch einen Dribble kill hat! Als ob Darius jetzt Top-Lan ist. Als Pyran jetzt einfach auf Midlane geht. Und nicht Top-Lan! Ich zieh das gar nicht ein, dass ich jetzt Top-Lan gehe. Port Casio, Darius und Ranga. Also, gleich kommen die Rechtfertigungen. So! So, report me. Look at these primates! Can't even lose! Wir können halt einfach nicht verlieren, wir sind zu gut. Ah ja, Darius! Vielleicht macht er Ulti... Ja, das war klar, er ultet immer so gut. Immer wenn du jemanden Ulti hast, springen alle auf dich drauf. Was? Immer wenn du jemanden Ulti hast, springen alle auf dich drauf, hab ich das Gefühl. Naja, ich wollte ihn ja noch Ulti, aber ich hab die anderen... Als ich geultet habe, hab ich die anderen so gesehen. Und wusste, dass ich sterben werde. Und dann hab ich die anderen gesehen und wusste, dass ich sterben werde. Und deswegen... Äh... Du hast echt das Moment, wenn ich noch... Wie fucked up! Er denkt sich jetzt... Okay, wieso hast du mich unterbrochen, kleiner Wichser? Ja, ich hab doch kein Spellcrap. Nee, ich kaufe mir doch kein Spellcrap. Boah, ich baue einfach komplett gemischt. Mir ist das jetzt egal. Ja, das ist jetzt ein Scheiß. Ich baue jetzt Critter und... Ich hab das Altimbild... Ich baue jetzt einfach mal... Ich baue jetzt einfach mal danach so... Für die E baue ich jetzt erstmal noch. Oder für die Q baue ich jetzt einfach noch. Oder für die Q baue ich jetzt einfach noch. Ja. Ich baue jetzt erstmal noch für die Q. Kannst du nachdenken, was baue ich? Nee, nein, doch. Lieber für die E. Scheiß drauf, die Q ist wichtig. AD Schaden geht. Na, ab jetzt doch. Ja, ja, sei die Q auch sehr viel mit AD skaliert. Sie skaliert? Mit AD? Also meine, nicht deine. Oh Gott! Ich hab grad einen Lastitz so fucking... Alter, warte, jetzt hasse ich mal was raus mit den Lastitz. Oh mein Gott! Oh! 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 Oh ja, ein Fiss. Hey. Jetzt kann sowieso keiner toppen. Guck mal, er tanzt einfach so mit Hintergrund mit. Guck ihn dir an. Hey, irgendwie krieg ich immer den Soranger hier wie ich wurde. Echt, na echt. Kein HP fehlt. Hey, ohne Witz ist das wirklich so. Ist ist einfach voll gegen die Wand geflasht, ne? So Leute, im Dezember, ne? Im Dezember werden Gameplays folgen. Ja, eins. In der Serie von Minecraft machen wir jetzt erstmal Pause, da waren jetzt erstmal so viele Folgen und deswegen wollen wir erstmal Pause. Julian macht einfach mal kurz nix, weil er sich zu cool fühlt. Er hat sich seinen Gegner sehr tief in die Augen. Der Schnee is real. Ich flash und mach Ultium, sterbt an der Mechmeid. Morgana sollte zum Winterdienst gehen. Nice kill im Alter. Also sie wird sich jetzt ein bisschen Streusalz besorgen. Klauern ab, bitte. Oh. Oh. Nein. Bleib stehen, Rengar. Ok, Rengar rennt irgendwie. Durch seinen Junk. Vielleicht will er mich jetzt auch machen. Rengar, wo willst du hin? Lol, Paul, mein Gott, dass Sheldon Amy einen Antrag machen wollte und Amy hat ihn abserviert. Bevor er den Antrag machen konnte. Okay. Okay. Er denkt, wieso spoil das du? Ja. Hören? Ja. Lass mich doch irgendwie... Das sind Menschen, ich denke sie ab. Ulti. Hast du? Nein, geh weg. Ich hab keinen Flash mehr. Ich skill meine Ehen hoch und komm nicht dazu, meine Ehen zu machen. Okay, das ist ein bisschen krank. LOL! Der letzte Damage gerade. Er denkt sich einfach, his name is John Cena. Du 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 du. Ich weiß nicht, was das ich dann bekomme. Auf mein Julian! Hat er mich das nicht eigentlich treffen müssen? Ein Po-oh! Oh fuck fuck! Wir ziehen jetzt noch zusammen durch! Ok gut, ok gut, ok gut So Markkart hat jetzt keine Ulti? War ja klar! Sie hielt dich! Alles klar! War klar, dass ich... Oh shit, die E geht weiter auf ihn! Oh nice! Ich gleiche die Bad Plays ein bisschen auf mit Abstaubung Oh mein Gott, sie hätte ihn fast noch bekommen Shane-Ulti, Shane-Ulti, ey! Muss ich sagen, ey! Hey-Ulti, Orangai-Ulti, bleib stehen, ey! Ok Hast du die Ulti gesehen, ey? Ja! Kannst du danach noch eine Runde? Ok Nein, eigentlich würde ich... Ich hätte ja gerne nach Vorschau noch... Aber... Ah, wegen John Cena... Nein... Community John Cena... Wow, wird mich belasten! Ich will nicht! Ähm, ok... Was?! Oh, können immer alle meinen Ultimoven?! Warum?! Haha, du Noob! Ich hab dich getötet! Ich baue komisch! Wie nennt man das? Wir nennen es einfach Gameplay? Aber wir nennen es Gameplay, die Folge muss einen Namen haben! Wie nennen wir es? Anfang der Winterserie! Näh, doch irgendwas mit Winter! Morgen haben wir den 1. Dezember! Advent... 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 Advent Gameplay! Ja, wir machen jetzt jeden... Der war am Wochenende! Ja! Stimmt! Okay... Ey, war der am Samstag? Am Sonntag, oder nicht? War der gestern! Ist ja nicht jeden Sonntag! Ja, ne, aber... Jeder Sonntag... War der am 29... War am 29... War der neuer doch... Dann machen wir jetzt immer ein Advent Gameplay! Nein! Nein, wir machen... Wir machen... Wir machen... Generell... Wenn ich aufnehmen kann, dann nehm ich auch! Ja, aber wir nennen das jetzt Advent Gameplay, damit es Sinne gibt! Bitte finischt mich! Nee! Gameplays im Winter! Bitte finischt mich! Gameplays im Winter! Das war die erste Woche! Gameplays im Winter, Alter! Hobbylosität, Alter! Ja! Boah, da ist ein schönes Spiel, muss ich sagen! Trotz der Rollen-Place, die ich nicht rausschneiden werde! Habt da wenigstens was zum Lachen! Weil das eigentlich harte Placement-Papier raus wollen! Hat aber nicht geklappt! Ich hab den Titel! Harte Places! Nur die Over-Pros am Start! Ich steh ja nicht mal positiv! Ja, ne! Ne! Sag an! Ja, ne! Ja, ne! Bis zum nächsten Gameplay! Bis zum nächsten Gameplay! Ciao! 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 Ciao!